Beachtet bitte nicht dieses Chaos hier hinten. Der sei mein Hund, weil sie neues Futter bekommen hat und sie nur dieses neue Futter essen wollte und nicht ihr altes. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Sims-Video, denn ich habe ein bisschen was auf dem Herzen und ich möchte das so ein bisschen ausschütten, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, zumindest grob ein bisschen darüber Bescheid zu wissen. Ich werde natürlich nicht ins Detail gehen, weil das ist seitdem nichts, was hier hingehört, aber ich möchte, dass man so grob weiß, was eigentlich gerade so abgeht in meinem Leben. Ja, also ich war jetzt zwei Wochen krankgeschrieben wegen meiner mentalen Gesundheit und so. Meine Therapeutin hat mich mehr oder weniger dazu gezwungen, weil es mir einfach halt echt nicht gut ging. Und ja, also das ist jetzt der Sonntag und ihr seht das ja dann am Mittwoch. Das heißt also ab dieser Woche bin ich jetzt schon wieder arbeiten. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie es dann aussehen wird, ob das jetzt dann wirklich besser ist oder nicht. Also wirklich besser fühlen tue ich mich nicht, weil, I don't know, es passieren gerade viele Dinge in meinem Leben, die einfach absolut nicht so schön sind. Ich will natürlich nicht unter den Teppich kehren, dass es auch schöne Dinge in meinem Leben gibt, aber ja, gerade überwiegt halt dieses Negative ganz schön und das macht mir halt schon krass zu schaffen. Und ich möchte halt nur sagen, wenn man das irgendwie an der Qualität sieht oder irgendwie mal ein Video ausfällt oder so, deswegen möchte ich halt nur schon mal sagen, dass es halt daran liegt. Und ich weiß, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen oder so, aber ich bin einfach ein Mensch, ich kann nicht anders. Also ich muss, ich habe einfach, ich weiß nicht, irgendwas in mir sagt immer, okay, du musst dann sagen, warum. So und ich weiß, dass ich es eigentlich nicht muss, aber ich habe es einfach lieber, dass ich es sage, weil ich weiß nicht, ich fühle mich damit einfach besser. Grundsätzlich, wenn ich aufnehme, fühle ich mich aber nicht immer ziemlich gut. Deswegen ist es wohl, denke ich, schon so, dass es eigentlich nicht so krass auffallen sollte, aber trotzdem, wie gesagt, möchte ich es halt gerne einmal kommunizieren. Ich habe auf jeden Fall meine freien Wochen dafür genutzt, dass ich mal meinen Instagram-Account komplett aufgeräumt habe. Ich habe, keine Ahnung, 500 Bilder oder so archiviert und gelöscht und whatever. Und ich habe meine Highlights neu gemacht und weiß ich nicht was, weil es hat mich einfach irgendwie gestresst. Und jetzt fühle ich mich einfach voll wohl damit, was gerade so online ist. Deswegen, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen und so, weil ich denke, da hat man so die meisten Live-Updates, so, die es halt so gibt. I don't know, weil ich pause schon relativ viel, würde ich sagen, gerade auf Twitter. Aber ja, wie gesagt, das ist in der Beschreibung übrigens. Also, wenn ihr Bock habt, dann guckt da gerne vorbei, ich freue mich. Weil ich mag auch mit euch zu interagieren. Also, es gibt ja schon einige, die dann halt dann mir auch auf Sachen und so antworten, das finde ich schon cool. Gerade auf Instagram halt so, finde ich sehr, sehr schön. Also, ich mag das halt einfach gerne so, Austausch zu haben und so, außerhalb von den Videos. Auch vielleicht mal außerhalb vom Sims-Thema und so. Weil, klar, das ist ein Sims-Channel und so, aber ich bestehe ja nicht nur aus Sims. Das, wisst ihr. So, deswegen, das wollte ich euch halt nur nochmal sagen, dass ich das sehr, sehr cool finde, dass man mit euch auch über andere Dinge sprechen kann. Wie gesagt, also, ich fühle mich jetzt gerade wohl mit meinen Profilen, so wie sie sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht zu viel von mir preisgebe, im Sinne von, ich gebe mir jetzt total viel Angriffsfläche oder so. Also, gerade als ich halt die ganzen Sachen archiviere, ich habe mir ja wirklich jedes Bild nochmal angesehen und so bei Instagram. Und was ich da teilweise geschrieben habe und so, da dachte ich so, ach du Scheiße. Also, wieso hat mich damals keiner gefragt, was mir gut geht oder so? Weil, ähm, also es waren schon beängstigende Sachen, die ich da gepostet habe. Ähm, das ist jetzt halt gar nicht mehr so, ne? Also, klar, habe ich jetzt letztens auf Instagram zum Beispiel hier Depression Walk und so gepostet, aber das ist ja was anderes. Also, erstens ist es wahr. Zweitens, naja, ich mache halt einen Spaziergang aufgrund von meiner Depression. Dementsprechend ist es jetzt, es ist jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt ja nichts, was einem Angriffsfläche bietet. Und dass ich krank bin, sollte sowieso eigentlich jeder wissen, so. Ähm, irgendwann, wenn ich mich bereit dafür fühle, werde ich auch, ähm, mal darüber sprechen, wie so meine Schulzeit war und wie es so dazu kam, dass ich eigentlich so krank bin, so. Weil, keine Ahnung, meine Laufbahn war ganz schön kacke. Und es ist, glaube ich, schon hilfreich für jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist, zu sehen, dass es anderen vielleicht auch so ergangen ist und dass andere es auch schwer haben, ähm, ohne jetzt irgendwie so klassische Probleme zu haben, sag ich mal. Hm, also so klassische Schulprobleme. Aber darüber spreche ich mir dann irgendwann, wenn ich bereit dafür bin, weil, ich, ja, ich glaube, ich bin immer nicht bereit dafür. Also zwischendurch denke ich mir so, ja, und nicht mehr so, oh mein Gott, wenn ich mich da jetzt hinsetzen würde und dann darüber sprechen würde, hätte ich gar keine Lust drauf, weil, keine Ahnung, ich habe halt keine Lust, dass ich es doch noch nicht so abgeschlossen habe, wie ich denke, dass ich es getan habe. Ich würde es halt schon gern vernünftig dann auch machen, ne? Also halt dann auch größer aufziehen, damit man halt auch wirklich alles nachvollziehen kann. Weil, keine Ahnung, wie gesagt, für mich ist das halt ein sehr wichtiges Thema. Und wie gesagt, ich möchte es auch gern mal mit jemandem mit einer größeren Masse teilen. Weil, ja, ich es halt als wichtig empfinde, ne? Deswegen, wenn, mache ich es vernünftig. Und, ähm, ja. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Es könnte noch ein paar Jahre dauern oder so. Ich weiß es nicht, ob man dann überhaupt noch Videos hochladen darf hier auf YouTube. Wer weiß, was die Zukunft so bringt, ne? Das ist auf jeden Fall gerade alles ein bisschen komisch. Und, ähm, ja, ich bin sehr überanstrengend in meinem Leben und gestresst. Das wollte ich euch halt nur so mitteilen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Video, was man erwartet hätte, aber ich finde es wichtig, sowas auch mitzuteilen. Auch einfach, um Menschlichkeit zu symbolisieren, dass ich genauso ein anstrengendes Leben führe. Und das hier ist halt immer noch nur mein Hobby, was mich teilweise ja schon ein bisschen stresst. Aber, äh, es bringt mir trotzdem immer noch mehr Positives als Negatives. Dementsprechend mache ich es noch. Wenn es mir mehr Negatives bringen würde als Positives, dann würde ich auch aufhören, so. Aber gerade so Kommentare wie, ja, ich freue mich voll, wenn du was hochlädst und so, das sind halt auch so Sachen, die motivieren mich auch einfach voll weiterzumachen. Nur, ich kann mir halt vorstellen, dass spätestens, wenn ich dann wieder zur Schule gehe oder so, dass ich dann wieder das Ganze reduzieren muss auf vielleicht nur ein Video die Woche oder so, weil ich werde halt schon krass viel mehr zu tun haben dann, ne. Und, ähm, ja. Ich meine, wenn, würde ich euch wahrscheinlich dann auch nochmal Bescheid geben. Aber wenn jetzt mal irgendwas ausfällt oder so, dann wisst ihr Bescheid, weil dieses Video existiert hier. Und ich denke, da ist halt alles irgendwie gesagt worden, dass, was dann das Ganze verständlich macht, warum vielleicht mal was ausfällt oder so. Weil, ja, gerade als, äh, ich es jetzt ja das eine Mal da vor kurzem vercheckt habe, dass, äh, das ein Video, das irgendwie später online ging, da wurde ich halt auch quasi mehr oder weniger direkt gefragt, so, äh, wo ist denn das Video? Und ich so, oh. Das habe ich halt wirklich nur vercheckt gehabt. Es heißt ja auf jeden Fall, dass Leute halt direkt quasi darauf warten, dass ich halt was hochlade an meinen Upload-Tagen und so. Und das finde ich total cool. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich jetzt halt vorher sage, hier, es kann was ausfallen und wenn, macht euch bitte einfach keine Sorgen, dann ist es vielleicht einfach sinnvoller, als wenn man dann fragt, so, äh, was ist denn los? Warum kommt denn nichts? Weil, keine Ahnung, ich glaube, das macht das Ganze für mich ein bisschen unangenehmer, als wenn ich jetzt direkt im Vorfeld sage, okay, es kann Sachen ausfallen. I'm sorry. Ähm, und wenn nicht, dann ist es egal so. Dann ist dieses Video vielleicht ein bisschen unnötig, aber, wie gesagt, vielleicht ist es jetzt einfach mal sinnvoll, darüber zu sprechen, dass es halt, ähm, auch mal nicht so gut läuft und dass man das hier vielleicht auch einfach mal vernachlassen muss, gerade da es einfach nur mein Hobby ist und es, ja, wäre gut, wenn man da auch einfach mal ein bisschen Hyplang machen würde. Weil ich gebe halt immer 100% bei allem, was ich tue. Und gerade in diesen Dingen gebe ich wahrscheinlich noch mehr 120 locker, obwohl es sich wahrscheinlich nicht mal rentiert. Aber, ja, so ist es manchmal einfach, ne? Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem irgendwie gefallen hat und ich verspreche euch, dass es am Samstag dann nochmal weitergeht. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.